Der Maulwurf krabbelt tief in die Erde hinein, unter dem einen Bein hindurch und ich greife nun in das andere Bein in die Hose. Auf der anderen Seite schlage ich mir einen Arm und jetzt strecke ich meine Arme und lege mich auf ihn drauf in den Pfannkuchen. Noch einmal, Maulwurf durch, die Erde durch, auf der anderen Seite hinaus, an den Ärmel, Arm als Strecke und Pfannkuchen drauf. Die Erde durch, die Erde durch, auf der anderen Seite, an den Ärmel, Arm als Strecke und Pfannkuchen drauf. Die Erde durch, die Erde durch, auf der anderen Seite, an den Ärmel, Arm als Strecke und Pfannkuchen drauf.